So, Moin Moin. Wir haben heute mal wieder Dicke Dich jetzt auf Event. Nach einem gefühlten halben Jahr mal wieder das erste Mal. Wir haben hier 94.000 Gems zur Verfügung. Tja, wenn das so läuft wie im anderen Account vorhin. Ja, habe ich nicht viel Hoffnung, dass was gescheites bei rumkommt. Okay, fehlen tut auf diesem Account Boogeman, Pflanzenkrieger, Rosaline, Cosmo, Swaline, Sephirica, Okkultist, Phobos, Vesfinia und Rodrigo. Vesfinia, ja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Okay, dann legen wir mal los. Es gibt einiges zu tun. Medusa. Medusa. Lazzulix. Ah, den haben wir schon. Todesritter. Ivan Draco. Ui, ein neuer. Aus dem Update. Tracho oder Draco, wie man es auch nennen will. Ich glaube es doch wohl nicht. Kalypso. Champion, Rocknall. Okkultist. Oh, okkultist. 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 Ninja. Champion. Draco. So, dann werden wir die Zehälter mal rausholen. So, dann schauen wir mal. Tja, der ist leider schon fertig. Aber das macht nichts, den kann man immer noch, dazu liegs hier, da ist er, fürs Schicksal. Da fehlt noch ein bisschen was, aber da geht noch ein bisschen was, das ist halb so wild. So, schauen wir mal, was die haben, was mit der los ist. Vierer Lebensentzug. Dann geben wir dem gleich mal, zack, das Vierer einquicken. So, weißt es mal nicht. So, weiter geht's. Die Lady Leo Glatz I. Und der Arius. Der Fluch. Michael. Michael. Kristallschlangen. Pender. Pender. Kapitän Weisbart. Assassiner. Und nochmal Assassiner. Gala Champion. Gala Champion. Und die Athena. Werwolf. Assassiner. Assassiner. Eist Dämon. Und noch einmal ein Okkultist. Figst Vor. Die zwei sind ... So, das Bäumchen, schaut auch mal um die Ecke, Eisdämon, Asassina, eine Schlangenkönigin kommt auch gekrochen, naja, Gargoyle, Donagütschen, Christoschlang, Schlangenkönigin, Schamane, Schamane, Triton, einmal Ripper, ne, den habe ich schon, ja, Weißbädchen, Ja, es wäre immer was, Zeit für was Neues, so viel neue Hilde unterwegs und nix kommt. Der Traghax und zwei Grüne dabei, lecker. Galachampion, Zyklop, Wehrwolf, Schamane, Christoschlang und der Traghax noch mal und ein Paladin, die Blechstoße. Galachampion. Und der P.D. und nochmal und Lazzulix. Was geht denn da ab? Traghax, Zyklop, Christoschlang, Ingenieur, Druide. Einer von der ersten Hilde, wo ich angefangen habe, das ist alles so Hilde, die am Anfang schwer, schwer zusammengeformt haben. Schlangenkönigin. Ja, das was im Moment abgeht. Wir haben hier fast amerikanische Verhältnisse. Was es bezahlt da abgeht. Kirena, oder Sirina, wie man so aussprechen will. Ja, da wird gilt, die jungen Spieler, die pumpen, da gilt neu, dass es nämlich schön ist. Als gäbe es kein Morgen. Du Rudi. Kommt auch, auch gedonnert. Verschmitzte Rudis. Kürbisherzog noch einmal. Phantomkönig nachher. Michael. Schau mal. Eisdämon, Painter, Triton, Christoschlom. Und der Michael noch einmal. Und die Succubus. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Die war vorhin schon einige Male dabei. Habienkönigin. Werwolf. Athene. Das ist glaube ich da, wo ich zwei Athene aus Versehen aufgemacht habe. Walla Walla. Und noch einmal hinterher gleich. Der Eros. Phantomkönigster. Der zweite. Und der Succubus. Und ein Ronin. Ein Grimm. Ein Phobos. Schauern. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Schauern. 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 Ein Rudi. Ein Eros. Ein Zyklop. Eine Athene. Ein Garlath. Schauern. Schauern. Oh. Oh. What's going on? What's going on? Don't bother you. Respekt, ein Beast Meister hinterher, ohne Driehton, ohne Goddard Champion. Bergriese, Maradeur, Goddard Champion, Henker, Schlangenkönigin, Goddard Champion, Kristallschlumpen, Schamane, Beast Meister, Ingenieur, Scharfschütze, Kristallschlumpen. Ja, meine Legende scheinen, nur auf dem 1er Roll zu kommen, hier zumindest einmal, bis aufwendige Ausnahme. Walla Walla Galatzstammchen, Michael 3.000 noch, das ist mir gemächlich, aber die Ausbeute ist mir nicht schlecht, was Neues bekommen und noch einmal Phobos, Halleluja und die Kalypsohina hier So, das war's, alter Schalter, was geht denn hier ab? So, das war Lean, benutzen Das sind dann 2 Ja, dann Halt, Schöpfung, das will ich doch gar nicht Die 2 Okkultisten sind da drin, ja Dann, Halt, zack, Held Benutzen, einmal, zweimal, so, so kann's weitergehen Der Lazulix ist da drin, das passt, das ist zweimal noch vorhanden 403, da hat sich auch nicht viel geändert Nun gut, dann gehen wir aufs Event Dicke die Schütze auf So Die P-Tasche, die sind sowas von Arsch Ja, Lavonica, Elektrica, und so weiter Beziehungsweise Moltaunica, die sind dann auch nicht mehr hier drin Und dann Das ist doch, das ist doch wieder so richtig typisch. Alda Schalda. Ohne Punkte, ohne Punkte, ohne Punkte, wollen wir nicht genug kriegen. Ohne Punkte. Ohne Punkte. Ohne Punkte. Ohne Level 10 Talent Insigne. Wappenpaket Level 9. Das ist gut, das hört sich gut an. Und wieder bleibt's hängen. Alla Schwede. Das ist gut. So, die 3 noch. So. Das war's. Ja. Auch wir hier in der Truhe. Nichts Besonderes. Und Punkt der Ordner Hildensplitter. Nichts Außergewöhnliches. Also nicht, was 100.000 Gems rechtfertigt. Absolut nicht. Okay. Ich sag mal danke fürs Zusehen. Ich wünsch euch noch einen schönen Tag. Je nachdem wann ihr das Video seht. Und ich wünsch euch was. Bye, bye. Und tschüss. Nachdem. Kommade. Kommade. 할 glory. Frutバk.